Seit gestern Abend ist es keinem von uns geglückt, obwohl jeder es vorhatte, diesen Raum auch nur für eine Sekunde zu verlassen. Was geht hier eigentlich vor? Und wir tanzen! Es ist genug, alle Menschen müssen sterben. Gigi, bleib doch nicht stehen! So einfach von hier fortlaufen, das ist nicht wichtig. Die Leute werden ihre Gründe gehabt haben, plötzlich zu verschwinden. Sie haben uns aufgegeben, ich habe heute Morgen noch gar nicht geraucht! Ich habe Hunger! Wir sind nicht geistig. Ich habe Hunger! Sie dürfen sich nicht so gehen lassen! Ich bin auch am Ende! Geben doch was, damit wir hier wegkommen! Ich habe Hunger! Ich habe Hunger! Auf Wiedersehen!